Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge wir steigen hier sofort ein ins Tagesgeschäft und das soll zu bleiben muss ja nicht überall ein Fenster rein was kann man da machen äh hier den da und den da können wir dann später mal den Namen des Hauses reinschreiben auf jeden Fall eine gute Idee so ist dann komplett zu ja ist komplett zu genau und auf den anderen Seiten kann man dann ja was anderes machen das heißt hier könnte man eigentlich auch so ein Fenster ändern wäre sogar praktischer sieht auch gar nicht mal so schlecht aus oben dann was anderes scheint dann doch ich bin mir da noch unschlüssig hier kommt auf jeden Fall eine Mischung aus was rein ist jetzt hier die Frage ich probiere mal mit dem hier wir können ja dann immer noch umbauen das ist immer noch die Möglichkeit dass wir den Laden hier umbauen können so 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 und die Wand auch noch und den Rest den können wir wieder freigestalten und hier in den Rahmen kommt jetzt hier schwarz rein so schaut auch noch was aus schaut gar nicht mal so schlecht aus wenn ich mir das so überlege naja schaut gar nicht mal so schlecht aus guck mal und jetzt beschweren sich einige sehr sehr drückbar zu glatte Wände passt jetzt mal gut auf ich nehme mal den hier weg darum habe ich nämlich den den gesetzt ich hatte nämlich eine Idee ich hatte eine Idee und eine Idee sollte mir nie ausgeredet werden so das Papier weg nehmen wir dafür die hier und schon hat das ganze etwas Stil kommen nämlich jetzt hier wieder so Treppen dran unten kann man ja den da machen das schaut auch noch ein bisschen professioneller aus ja so schaut es doch gar nicht mal so schlecht aus guckt euch das an hier noch so und da das mal rausnehmen ich hätte ja gar nicht so schlecht aus ne aber den hier den zweiten den wollte ich da eigentlich nicht hochziehen da bleibt schon die hallo Prozent Prozent die Stufe da ist die Stufe ha 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 sagt die Hexe ne hier das so du die 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 so ja 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 das schaut schon gut aus und nur hier noch ein Fackel und da hat das ganze was die Künfte ist so machen Excel halt dein Mund 5 hat er macht überlegt sich so scheinbar aus dem Unternehmer nicht der Mensch Schuhe und auch Prozent 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 so ein Berg zu Business Prozent Tata 1 2 Superlates Lied Verschreckt mich aber nicht Die Stufe war hier drin Können wir jetzt auch noch ein bisschen fichten Und jetzt reinpacken So Und jetzt gehen wir mal Hier unten Das schwarze Eichenholz holen Und zipp Und essen mal was Yum yum Jetzt holen wir hier mal ein bisschen Das Gras raus So Da war noch ein Gras So 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 Zack 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 Und jetzt nehmen wir mal hier die Hälfte Und zwei Stacks Ist der eigentlich reichen Oder wollen wir Guck mal wir machen die mal zu Stufen Nicht alles Nur ein Stack Guck Haben wir nämlich viel mehr Baumaterial Für den Boden Können wir auch ein bisschen Sparen am Holz Holzpreis Holzpreis ist nämlich gerade ein bisschen teuer So Hätte auch nicht wirklich gereicht Also der eine Stack Hatten wir dann schätze ich schon ein anderthalben Stack verballert Jetzt haben wir nur Einen guten guten halben Stack verballert Also An sich ist das ein guter Dreiväule Stack Und dann haben wir uns wirklich Und dann ist der Kopfspart kann man damit sagen Mit dieser Aussage Töne Stoff Natürlich doch Das Eichenholz und das Birkenholz ist auch noch unten Dünbchen 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 So So Das 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 Wocazienholz So Super Ihr wisst was es heißt Sofort von Ballern Einst der ist das bloß Hmm Ich machte lieber Wände mit Das ist mir so schade Ich hab nicht so viel Ist der eigentlich lang Wenn ich hier einmal rumgehe So 48 hab ich noch Ist da eigentlich 12 überbleiben Könnte knapp werden Ja das wird auch knapp Oder das Das lang komplett Guck mal 9 Und 1 2 3 Perfekt Besser kann es ja nicht laufen Besser kann es doch nicht laufen Hier Und hier eine Fackel Und da und da Super In der Mitte kann man ja auch noch ein Kronleuchter hängen Da mach ich jetzt auch mal eine sporadische Fackel hin Aber schaut mal Einen Raum haben wir schon Cool Dann können wir das ja so machen Wir ziehen jetzt hier eine Decke oben rein Aus Eichenholzbrettern möchte ich das gerne haben Und hier unten Oh Der Enrico ist auch noch da oder? Ne wir sind alleine Aber ich geh trotzdem schlafen Und wir sehen uns in der nächsten Folge Tschüssi Tschüssi Tschüssi